Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus Matthäus 19, Vers 14. Und ich finde, diese Verheißung ist auch so gigantisch. Aber Jesus sprach, also wenn Jesus sowas sagt, ist das immer was ganz Besonderes. Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen. Also lasst die Kinder zu mir kommen. Denn solche gehört das Himmelreich. Und wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir immer wieder, dass Jesus sagte, wer nicht so sein wird wie ein Kind, wird das Reich Gottes nicht ererben. Und wir können von Kindern eine Riesenlektion lernen. Wie sie einfach Vater und Mutter vertrauen. Wie sie wissen, dass Vater und Mutter da sind. Ich kann, wenn sie ganz klein sind, sie können laufen, Vater und Mutter werden schon hinterher kommen. Und vieles, vieles mehr. Aber Jesus möchte, dass wir die Kinder auch zu ihm kommen lassen. Aber Jesus sprach, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen. Denn solche gehört das Himmelreich. Das ist die Verheißung. Also einmal die Kinder, aber auch du, wenn du so wirst wie ein Kind. Was das genau verheißt, möchte ich, dass der Heilige Geist es dir direkt übersetzt. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.